Wenn die Riesen bekämpft, da muss ich erstmal gucken, wo... Achso, da war die Höhle. Moment, es muss... Warte, gab's da nicht auch noch was, wenn wir da reingegangen sind? Ich muss mal ganz kurz gucken. Ne, hier scheint aber so nix drin zu sein. Nur die Riesen, die hier rausgekommen ist, okay. 36.000. Ich glaub, die hätte ich sogar... Na, vielleicht... Ne, ich sag mal lieber nix. Den Alligator haben wir ja auch nicht alleine gekriegt. Wobei, als wir den Alligator gemacht haben, hatte ich auch noch nicht meinen Chaosblitz. Hm. Naja, so, ich glaub, wir können da lang, ne? Da stehen nämlich keine Gegner mehr. Pass auf, jetzt seh ich schon, komm, ich renne jetzt in eine Gegnergruppe rein. Sieht aber gut aus, hab ich mir den richtigen Weg ausgesucht. Oh, shit, 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 warte mal. Obwohl, den können wir auch so töten. Er tut uns jetzt nicht wirklich was. Ich hab schon gedacht, das wäre jetzt eine Elite. Wobei, mit einem einzelnen Elite werden wir auch so klargekommen. Ach, Jungs, lass mich doch mal in Frieden hier. Das gibt's ja nicht. Auf jeden Fall haben wir Ulderman dann aus unserer Liste auch schon mal wieder vertrieben. Und dann wird also als nächstes ein Düsterbruch anstehen. Wobei, Düsterbruch, da lassen wir uns noch ein bisschen Zeit mit. Wer liegt denn da? Da liegt auf jeden Fall einer... Und jetzt müssten wir eigentlich bei den Questgebern sein und da die Quests alle abgeben können. Ja, da sind wir. Könnten die Quests abgeben, ein bisschen was einsacken. Was haben wir denn da? Großartig, hervorragende Arbeit. Wir werden schon bald wissen, was sich in Grabstelle 3 verbirgt. Mögen eure Reisen sicher sein. Gut. Was haben wir mit ihm? Äh, wo sind die Kerne, mein Junge? Beim Muradinsbad. Beim Muradinsbad. Wo sind die verflixten Kerne? Kant, atme tief durch. Tut mir leid. Konntet ihr die Kerne an euch bringen? Das ist unglaublich, Crazy Band. Die Kraft, die durch jeden dieser Kerne fließt. Die gegensätzlichen Kräfte so nah beieinander. Ich bringe so, äh, das sofort zu den richtigen Zwergen. Diese Kerne sind immens wichtig. Ja, das sind wir, achso, ja, Quest für die Forscherliga machen wir hier, stimmt ja. So, und was haben wir hier noch? Äh, das habt ihr, was habt ihr denn da? Was habt ihr von diesen Scheiben lernen können? Diese Scheiben werden alles auf den Kopf stellen. Ihr Geschehen, was? Ihre Geheimnisse gehören nun uns. Was haben wir da? Stärke, Ausdauer. Das bringt mir nix. Ausdauer, Intelligenz, Willenskraft, das wird uns was bringen. Dann nehmen wir auf jeden Fall den Ring. Und haben die Quests auch fertig. Jetzt müssen wir nur mal gucken, welchen Ring wir dafür wegtun. Ausdauer, Naturwiderstand, Ausdauer, ja, dann tun wir den blauen weg, würde ich fast sagen. Oder? Hm, das ist eine gute Frage. Ausdauer und Intelligenz. Hier haben wir alles drauf, hier haben wir alles drauf, Ausdauer, Intelligenz. Naja, ich würde sagen, wir tun, oder? Ach, Quatsch, was, ach, was habe ich denn jetzt gemacht? Das war ja doof. Ausdauer, Intelligenz 5 und 6 und da haben wir 4 und 5. Ja gut, dann war es ja doch die richtige Lösung. Gut, haben wir das soweit geschafft. Neuen Ring für uns bekommen, auch nicht schlecht. Und dann würde ich sagen, teleportieren wir uns hier wieder raus. Und machen uns jetzt, äh, nochmal auf den Weg zum Händler. Dass wir hier erstmal den ganzen Puddelkram verkaufen. So, vorher gucke ich nochmal da. Düsterbruch wäre jetzt das nächste, was anstehen würde. Düsterbruch besteht auch wieder aus drei Gebieten, so wie es ausschaut. Düsterbruch, danach Scholomans, Düsterbruch, Hügel der Klingenhauer, Düsterbruch und Stratholm. So, meine Herren, da ist ja was los, was Instanzen angeht. Das muss ich aber auch sagen, für Neueinsteiger, beziehungsweise ich bin ja auch jetzt kein Neueinsteiger mehr, aber so sonst für Neueinsteiger, den will ich wieder haben. Recht kompliziert finde ich das. Ich muss sagen, das fand ich damals auch ein bisschen besser gelöst. Dass man die Instanzen in einem Rutsch durchmachen konnte, ohne dass man da zwischendurch irgendwie woanders hin musste. äh, musste, oder dass man halt zwischendurch, ähm, aufhören musste. Da konnte man die Instanz von vorne bis hinten einmal durchspielen, hat zwar ein bisschen länger gedauert, aber man hat wenigstens alles gesehen. Und so habt ihr ja in Maraudon gesehen, dass man da teilweise an Stellen reinkommt in der Instanz, die mittendrin starten. Das war, glaube ich, die eine Instanz, wo wir das Wasserelement und die Pflanze doppelt getötet haben. Weil wir die halt für das nächste machen mussten. Ähm, aber nun gut, kann man nichts dran ändern. Wir haben auf jeden Fall wieder mal eine Instanz gesehen in der Aufnahmesession. Jetzt werden wir uns nochmal, ähm, das nördliche Brachland angucken, wenn ich da irgendwie hinkomme. Von da unten komme ich da auf jeden Fall hin. Vom nördlichen Brachland aus würde ich schon fast sagen, gibt's da eigentlich Flugpunkte für uns? Das ist auch nochmal eine interessante Frage. Ne, da gibt's nirgendwo Flugpunkte für uns. Das ist natürlich wieder unschön. Aber nun gut, das zeigt uns auf jeden Fall an, dass wir da nicht questen müssen. Und dass das halt Gebiete von der Horde sind. So, kommen wir an denen vorbei, ohne dass die uns platt machen? So, ja, das klappt gut. So, und dann müssen wir ja jetzt in Brachland angekommen sein. Ja, nördlichste Brachland, Händlerküste, da sind wir. Was haben wir hier? Ach, guck mal, hier sind ja sogar noch unsere Leute unterwegs. Das ist ja super. Alles unsere Freunde, die hier sitzen. So, jetzt muss ich erstmal mich ein bisschen zurechtfinden. Hier haben wir alles gesehen. Das heißt, wir können hier hinten wie weiter raus. Ach, guck mal, ein Moon King ist da unterwegs. Und da gibt es ja doch einen Flugpunkt. Meine Herren, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ach klar, wir müssten ja hier jetzt theoretisch nach Gadgetzahn. Ne, ist das Gadgetzahn oder Ratchet? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Auf jeden Fall ist hier eine Stadt. Ratchet sind wir hier, genau. Hier können wir auf dem Flug... Wieso haben wir denn hier Quests? Wieso können wir denn hier Quests annehmen? Wir brauchen... Moment, das muss ich mal eben ganz kurz gucken. Äh, da. Quests in Kalemdor. Nördliches Brach. Nu. Nu. Äh, Düstermarschen, Feralas, Tanaris, Krater von Ungoro, Winterquell, 1000 Nadeln, Zillitus und Teufelswald. Ne, das heißt, hier dieses Gebiet werde ich euch auf jeden Fall ersparen, was Quests angeht. Ach, wie hübsch hier die Tische gedeckt sind. Das werde ich euch ersparen. Das Einzige, was wir hier halt machen werden, ist, äh, die, 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 die Flugpunkte uns einnehmen. Redet mit mir. Okay, dann ist das hier wahrscheinlich auch kein 100% Durchlauf mit dem Let's Play, aber das muss ja auch nicht sein. Wir machen auf jeden Fall 100%, was die Erfolge angeht, also zumindest die Quest-Erfolge und die Erkundungserfolge. Und, ähm, das muss dann einfach reichen. Sonst wird das Let's Play wirklich viel, viel, viel zu groß sein. Wobei ich ja auch auf große Let's Plays stehe. Wir sind ja jetzt mittlerweile, glaube ich, auch schon bei Part 310 oder sowas, oder knapp bei Part 310. Und ich finde, das macht echt Spaß, mit euch hier durchzumarschieren. Und das ist jetzt die Frage, wir werden auf, ja, wir werden hier auf jeden Fall alles erkunden und dann, ja, Dorotha hinterher, noch hinterher schieben. Das ist, hier hat sich aber auch einiges getan, sehe ich gerade, im nördlichen Brachland. Habe ich jetzt schon wieder was entdeckt? Nee, noch nicht. Aber vielleicht gleich, wenn wir hier gleich in die Oase reingehen. Die Brachige Oase. Wobei, ich glaube, die gab's damals auch schon. Ja, das sieht, äh, sehr bekannt aus. So, und dann müssten wir hier eigentlich irgendwo gleich auch den, die Instanz von den, äh, nicht die Schwarze Grotte, wie heißt es, ähm, Hüllen des Wegklagens haben. Da gucke ich doch einfach mal. Was haben wir da? Smaragbor haben wir, ne? Hallo? Ja, Smaragbor haben wir. Wo war denn das? War das da hinten? Das ist eine gute Frage. Ach, scheiße, da kommen wir gar nicht hin, da ist ja der Krater. Na gut, dann bleiben wir hier erstmal am Rand. Und wir lauschen einfach mal ein wenig der Musik. Und wir lauschen einfach mal ein wenig der Musik. So, da haben wir jetzt auch die Höhlen des Wegklagens entdeckt. Jetzt zeige ich euch mal kurz den Eingang dafür. Und wenn wir da dann wieder raus sind, dann werde ich einen kurzen Cut machen, die Folgen einteilen und dann geht's mit der Erkundung auch schon weiter. So, aber jetzt erstmal hier ein bisschen erkunden. Äh, erstmal die, den Eingang finden. Hier ist der Eingang zu den Höhlen des Wegklagens. Beziehungsweise noch ist der Eingang nicht hier. Wir müssen hier erstmal ein bisschen weiter rein. Und dann zeige ich euch den da drin mal kurz. So, wir müssten theoretisch jetzt hier links rum. Die Raptoren sind mir egal. Das macht alles unser Wehrwandler da platt. Also, gut sind wir hier schon mittlerweile schon im Level. Wirklich, Schaden tun die uns auch nicht mehr. Was haben wir da? Ein Kupferader? Okay. So. Jetzt müssen wir gleich in die große Höhle kommen. Und von da aus müssen wir den Instanzeingang eigentlich auch schon sehen. Höhlen des Wegklagens hatten wir aber so nichts mehr zu machen, oder? Ich muss mal eben ganz kurz gucken. Nördliches Schlingland, südliches Brachland. Das war nur noch Düstermarschen, genau. 1000 Nadeln, westliche Pestländer, Kampfhaustiere, Gnome Regan. Wo sind westliche Kampfhaustiere noch gewesen? Hm, gute Frage. Gnome Regan, Düstermarschen und Dunkelmundjahrmarkt. Ja, genau. Und Dunkelmundjahrmarkt hatten wir ja noch das Artefakt, was wir da abgeben mussten. So, wir müssten doch theoretisch, wenn wir jetzt hier gleich gucken. Ja, da hinten sehen wir ihn schon. Da hinten, wo diese Verwirbelung ist. Da ist der Instanzeingang von den Höhlen des Wegklagens. Haben wir den jetzt auch schon mal abgearbeitet. Dann können wir uns nämlich draußen in Ruhe weiter umgucken. Aber dazu müssen wir erstmal wieder rauskommen. Und dann muss ich mal gucken, wie ich am besten wieder zurückkomme. Nach, ähm, in die östlichen Königreiche, weil da wollten wir dann ja im Hinterland weitermachen. Hinterland war auch eine ganz coole, äh, Questgegend. Ich bin ja mal gespannt, ob sich da was geändert hat. Wenn dann sich da nichts verändert hat, dann ist das, äh, auf jeden Fall immer noch mit den ganzen Trollen, die da rumschlawinern und sowas alles. Und das hat damals echt Spaß gemacht. Weil das auch wieder coole, äh, Quests waren. Auch wieder für, äh, für die Zwerge, für Eisenschmiede haben wir da dann auch wieder gequestet. Das war ganz lustig. So, jetzt müssen wir hier wieder raus, wie es ausschaut. Und hier sieht's aus, als ob hier irgendwie was sich reingekrallt hat. Als ob Todesschwinge hier war und mit seinen fünf Pranken da irgendwas rausholen wollte. Naja, wie schaut denn sie jetzt auf der Karte auf? Die Karte, die scheint ja relativ klein mittlerweile zu sein. Den Flugpunkt haben wir uns gerade noch geholt in Radjet. Das heißt für uns, wir gehen jetzt hier Richtung oben weiter. Um da noch den Rest ein bisschen zu erkunden. Und dann werde ich gleich auch eben den Cut setzen. Ah, so in knapp fünf Minuten. Dann sollte eigentlich alles abgearbeitet sein. Otter haben wir, ne? Ja, Otter haben wir. So ein kleines Zevra vielleicht noch, als Haustier. Wäre vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Aber nun gut. So, jetzt müssten wir, ach krass, dafür, dass die Karte so groß aussieht, haben wir ja doch noch einiges zu erkunden. Und die Wege sind ja doch noch relativ weitläufig. Ja, und das gehörte halt mit dem, wo wir vorhin hergekommen sind, auf jeden Fall damals noch zusammen. Das war ein großes Gebiet. Das kann man sich vorstellen, wie lange man da unterwegs war. So, wir könnten noch theoretisch da hinten... ...hier mal kurz vorbei. ...mal eben erkunden. Oder zumindest entdecken. Entdecke es. Entdecke das Wege... Was war das denn? Irgendwas hat mich umgebracht. Irgendwas hat mich umgebracht. Aber wir haben das Wegekreuz, glaube ich, noch entdeckt. Jetzt sehen wir zum allerersten Mal, dass wir... Also, wie es aussieht, wenn man stirbt. Obwohl, ne, stimmt ja gar nicht. Wir haben ja schon in Gnomeregern diesen Katastrophendurchgang gehabt. Wo wir ein paar Mal gestorben sind. Aber jetzt sieht man das wenigstens mal ein bisschen länger. So sieht das halt aus, wenn wir tot sind. Wichtig war ja jetzt einfach nur das Wegekreuz erkundet zu haben. Was hat uns denn da eigentlich umgeschossen? Ich weiß jetzt gar nicht, was mich da umgeschossen hat. Auf jeden Fall irgendein Spinner. So, satteln wir mal wieder auf. Jetzt gucken wir uns hier weiter um. Äh, Moment. Wir müssen in die Richtung. Denn da haben wir, glaube ich, noch nicht alles gesehen. Jetzt sind wir auch wieder PvP-gefleckt, obwohl ich gar nichts gemacht habe. Das finde ich natürlich wieder unschön. Aber nun gut. Kann man nichts dran ändern. Und ich glaube, ich... Ja, das werde ich jetzt mal auf jeden Fall mal machen. Ich werde mir jetzt mal eben den Seelenstein geben. Für den Fall, dass wir nochmal sterben, dass wir nicht so weit reiten müssen. Das ist halt der Nachteil, wenn man sich in Hortengebiete rumtreibt. Da ist man schon eine leichte Beute. Für alles und jeden. Gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Äh, ich muss aufpassen, dass ich nicht in die PvP-Fritzen reinrenne. Weil das möchte ich eigentlich eher ungerne. So, von mir aus kann ich gerne wieder was entdecken. Das nördliche Brachland, okay. Hallo? Ich würde gerne nochmal wieder was entdecken. Gut, das sind Kolkas. Irgendwie fehlt es mir gerade ein bisschen. An Neuentdeckungen. Können wir hier was entdecken? Das sieht doch fast danach aus, als ob wir hier irgendwas sehen können. Ja, da haben wir was entdeckt. Gucke ich nochmal kurz auf die Karte. Ja, das sieht doch super aus. Dann gehen wir mal in die Richtung weiter. Gucken wir mal hier noch, ob wir hier noch irgendwie was haben. Ist das eine Entdeckung wert? Anscheinend ist das eine Entdeckung wert. Entdeckt den Außenposten. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, werde ich hier jetzt an der Stelle einen kurzen Cut machen. Moment, ich muss mal eben hier... Junge Harp hier. Machen wir vor der jungen Harp hier einfach mal einen Cut. An dieser Stelle. Ja, wir haben ja jetzt einiges gemacht in diesem Part. Wir sind durch Uldaman durch. Wir haben hier angefangen, das nördliche Brachland zu erkunden. Sind einmal gestorben. Mittlerweile auch wieder PvP-gefleckt, aber nur noch anderthalb Minuten. Und dann würde ich sagen, schaltet doch einfach in zwei Tagen wieder ein, wenn es den nächsten Part von World of Warcraft gibt. Ich bin der Crazy Bane und bin für heute raus. Ciao.